hmmm hmmm Das Geile ist, ich muss mal um 7 Uhr in der Früh aufstehen für den Scho Passt du an! Erstmal zu Traubenzuckerfuttern Schade, keine Geisel zum klauen Die meisten Katastrophen bei uns sind irgendwie Ach was, äh Da werden wir so oder so eingesetzt, das ist das allerbeste So ziemlich alles, wo du keinen Wassertank brauchst Ja Nein, ich weiß nicht warum unser Fahrzeug da jetzt reingefallen ist Ich schätze mal wegen dem Tank, weil sonst hat es nichts anders als das alte KLF Im Endeffekt der einzige Unterschied ist, dass es ein bisschen sauberer aufgeräumt ist das KLF Und dass es Wasser drinnen hat Sonst ist kein Unterschied zum KLF, was die Grillenberger haben Es melhor zu тонkeln 德 von Wasser Ga 911 Bis zum Tod Augen Ö Ä ö ö öré Sch 1 0 2 Warte, haben wir ein Stacheldraht fürs Fenster? Ich hab noch Stacheldraht. Irgendwo hier ist ne scheiß Twitch-Strone. Hm, cool, die auch. Opsi. Einer bei der Haustür. Durchs Fenster schießend schon rein. Hm. Einer klettert auf dem Sniper oder einem Sniper-Spot. Wir haben Fuse. Ah. Der kann die Drohne rein. Drohne kaputt. Dankeschön. Kack, Tageszeit. Er wollte ne Granate rein. Er hätte rein gesoldt. Ich hab ne Twitch-Strone hier. Dave, hast du die Hedge da gerade aufgemacht? Weil ich. Ah. Bitch. Falls ich flüchten muss. Alter, von unten kommt einer rein. Also kommt Firmat da unten rein. Einer hat gerade einen reingekommen. Auf dem Gang ist jetzt Fuse, glaube. Der hat sehr viel Hit. Ne, hör mal. Da. Bleibes Stück draußen. Bleibes Stück im Gang. Trin als Zimmer, Resigner. Seine. Steff du musst nach oben. Lass den Fulberg. Da. Aber pass auf, Firmat ist unten. Firmat ist unten im Keller. Da. Ist das Fenster öffnet? sträись? Das war glaube ich der, der in den Stift down geschossen hat. Das war Fuse. Pinderzimmer ist noch ein Sledge. Sledge ist genau beim Ping. Ja, so wichtig jetzt. Buck ist im Gym. Ich treff mit der Vector nix mehr. Death, Buck ist im Gym. Kannst du es da auch aufmachen. Hole in dir. Geht grad nicht. Achtung, Sledge ist immer noch da. Alle drei haben Hit. Buck ist Küche. Vergesse es, alle Camps unnötig. Verstehe nicht, warum er C4 mal wieder nix drauf hat. Komm, mach das nochmal, Herr. Schick! Ah, sorry war zu langsam. Der Möp ist zu klein. Nein. Der Möp ist zu klein. Nein. Irgendwas schlägt irgendwo irgendwas ein. Achtung, pack über das Bad. Haupttür. Schön, schön. Geil, ich hab drei Leute angetötelt. Die Map ist zu klaren für mich. Du musst den Biohazard Container lokalen. Oh, auf dieser Map würde ich gerne mal in Angriff spielen. Oben. Gleich noch die wir. Nein. Keiner Zimmer. Nein, oder? Keiner Zimmer. Ich dachte, es ist eine Baustelle da. Frost. Kriegen wir eine Drohne in die Baustelle? Nicht mehr. Versuch's. Nein, doch nichts. Aber da war Safe Pulse drin. Der ist auch nicht raus. Ich kann gerade Lukas zu gucken und ich sehe wo wir spawnen. Und zwar unten an der Strasse. Das kannst du doch nicht sehen. Du, ich sehe da gerade. Ja, siehst du. Warum sieht ihr das? Keine Ahnung. Ich habe gerade dir zugeguckt und anstatt in der Kamera war ich in deinem Spectator Modus von dir. Quasi nichts von der Kamera. Hä? Komisch. Äh, ich habe halt die Jäger im Angriff. Der Bug war mal wieder da. Ja, Markus, Standardclamer. Ja, ja, ich komme schon. Ich komme schon. Ich renne da nur safe herum. AVS und Kamera. Achtung, da ist das Fenster auf dem Makar. Ja, hier ist auch einer. Also hier am Gang. Ich mache da mal Fenster auf. Jawohl. Wallhead ist Todesalter. Ich habe doch das geschlossene Fenster in Hedge und geh zurück. Polis Baustelle, hat sehr viel Hit. Viertel hat er noch. Okay, Lukas, die Standardclamer sitzt schon. Okay, danke. Ich kümmere mich mal um Polis. Der ist quasi rechts. Ganz rechts. Einer mit Küche ist Jäger, der hat doch halbes Leben. Rechts. Wird irgendwo C4 hingepappt. Genau dahinter war da. Max, hast du die Tür unten? Ja, die Haupteingangstür habe ich. Alles klar. Ich habe Puls. Ich habe den Jäger da noch in der Küche zuerst hinten gesehen, aber ich glaube, der geht über die Treppe rauf. Noch ein Assess mehr für mich. Läuft. Ich habe ohne das Schlafzimmer aufwendig drauf gemacht. Jäger habe ich. Okay. Du hast auch Onspot, glaube ich. Oh. Okay. Ich guck mal, ob die Onspot war. Da fliegt jetzt Granat noch ein. Ich habe irgendwie was Foto gemacht. Noch mal was. Bären gezündete Gasgranate einfach zu bestätigen. Das ist klar. Aktivieren Drone. Draußen im Gang. Keiner Onspot. Frost im Gang Richtung Schlafzimmer. Okay, ich hänge mich wieder aufs Gangfenster. Frost hinterm Bett, im Schlafzimmer. Ganz hinterm Bett. Markus, gehst du rein? Achtung, die haben ein Loch. Die schaut Longline auf das Kinderzimmer. Ah, die steht genau mit dem Kind am Bett. Jami, du schaust aufs Fenster. Markus, geh rein und leg dich hinter das Bett. Einer von uns erwischt's. Ja, mich. Ah, ich habe sie. Ah, schön. Mission successful. Sauber. Schöner Zug. Hat mir gefallen. Du weißt, der Jami und sie eliminieren sich gegenseitig und man sieht meine Sicht. Ja. Wie ich heroisch durchs Fenster durchklotz. Alter. Das muss auch mal sein. Wenn wir Kinderzimmer haben, dann nehme ich mir mal ein Schild mit. Jetzt Zweckis und Vorletzter, deine Mama. Ja, dem einen habe ich den Hedge und du's geschlossene Fenster gedrückt. Ja, mir hängt schon wieder. Die Runde schaffe ich wohl keinen Kill. Fuck. Jemand ein Schild? Ja. Negative. Positive. Dahin. Ja, im dritten Monat. Was, wohin? Kaputt. Da. Da, wo ich gepinkt habe, dass die das nicht zerschießen können. Was, wo denn? Die Wand hier haben wir gestern als Bait offen. Und hier hin, wo ich stehe. Oh, warte mal. Nein, verpasst. Keiner mehr ran, Schild? Nein. Ja, wo ist die Kame jetzt hin? Ja, mir gehst du da noch kurz. Ein Stück weg. Okay. Feine Kame. Ja, weg da, Pinky bitte. Ja. Ja. Ich hab gestern mit dem Arzat bei der kleinen Garagentür die linke Wand als Bait offen gelassen. Wunderbar funktioniert. Ne, eigentlich so hin. Also wo ich stehe. Aber jetzt ist egal. Aha. Ah, geh mal kurz weg da. Gebe ich euch noch kurz schönes hier. Ist wieder noch angetödelt. Einer ist bei der Haupt, und er ist bei der Tür. Ja. Mach Steff, finde ich hier noch die Wand zu. Ich hoffe, du deckst mich. Einer ist schon hier im Hinterraum, Leute. Steff, hinten. Direkt hinter euch. Direkt hinter euch. Boah, leck. Steff, nicht aufstehen. Oh, oh, Fuse. Oh, oh. Ja, genau. Wo war denn die Granate? Ach, zu dem. Oh, nö. Bleibt hier draussen. Die Twitch-Drone verfolgt dich. Lukas, ich gucke nicht zu dir. Jetzt guckt sie zu dir. Ah, fuck, jetzt hat die Kamera gesehen. Nice. Das ist bei mir. Ja, kein Plan. Kannst du safe zurückziehen, Lukas? Ja. Nein, aber es ist nur Twitch, das heißt, smoke einfach den Eingang. Hey, wir haben da Minuten 45. Sehen wir was in den Camps. Dann setz dich so hin, dass sie über das Schild drüber hüpfen muss. Sie ist im Gym. Sie kommt von hinten, Waschküche. Ja, sie muss eh über das Schild drüber hüpfen. Nein, die Wand ist offen. Wand ist offen. Welche? Wack hat's auch geschaffen. Ich hab's auch geschaffen. Ah, schön. Ich hab's irgendwie verpeilt. Nur, als reine Frage jetzt. Wieso ist der Steff mit null Kills am ersten Platz? Das ist Gott. Da fiegt dich doch ins Knie. Warum wirst du nicht vier Kills vor mir, ja? Okay, du hast zwei, es ist. Ja, und insgesamt trotzdem, ganz ehrlich, diese Punkte Verteilung ist eine Frechheit. Ach, komm doch nicht drauf an. Was hat mich schon wieder für eine scheiß Verbindung? So ne Runde hatte ich eigentlich noch nie. Das ist sehr frech. Also ganz ehrlich, die Statistik und die Punkte Verteilung ist eine Frechheit vor dem Hirn. Art 1 gleich einmal die Punkte, die ist für Spotten, kriegst rausnehmen. Oh ja. Die Punkte für Subjective ja, die Punkte für Spotten rausnehmen. Ein Assist bringt bei Weitem nicht mehr diese Punkteanzahl, die sie derzeit bringt, weil das gibt es ja gar nicht.